MrWissen2Go hat ein Video und zwar Was ist los im Gaza-Streifen? Eine Analyse. Das kommt mir gerade sehr gelegen, denn ich bin ja gestern aus Israel zurückgekommen in der Nacht, also vor 20 Stunden bin ich zurück, war eine Woche dort, war auch mehrfach an der Grenze zu Gaza und dort in dem Kibbutz, hab auch die Verbrechen gesehen, ich war aber auch oben an der Grenze zum Libanon, also wo es richtig kracht. Ja, und da bin ich mal gespannt, was da so der MrWissen2Go von sich gibt. 2023 ist im Nahen Osten nichts mehr wie zuvor, mit Auswirkungen überall auf der Welt. Am 7. Oktober hat die Terrororganisation Hamas einen brutalen Angriff aus dem Gaza-Streifen heraus auf Israel gestartet. Ein Angriff, bei dem laut der Regierung Israel... Nicht nur auf Israel, sondern auf Zivilisten, das muss man immer noch mal gerne betonen. Wir reden hier nicht von einer militärischen Auseinandersetzung von Armeen oder so, sondern wir reden hier von einem genozidartigen Verbrechen mit dem Ziel, Juden zu vernichten, wo Frauen vergewaltigt, Kinder ermordet, wurden Babys lebendig angezündet, noch in Schlafanzügen. Also, das muss man immer wieder so betonen. In Israel ist rund 1400 Menschen getötet und mehr als 240 als Geiseln entführt worden sind. Der größte Teil davon Zivilisten. Als Reaktion darauf greift die israelische Armee seit diesem Tag die Hamas im Gaza-Streifen an. Aus der Luft mit Raketen und inzwischen auch mit Panzern und Soldaten am Boden. Alles korrekt bisher. Und auch hier gibt es viele Tote. Die Hamas spricht von rund 8500 getöteten Menschen. Auch stark, dass er sagt, die Hamas. Das ist nämlich nicht eine neutrale Quelle, sondern es ist die Propaganda der Hamas. Ich werde auch künftig auch nicht mehr Hamas sagen, sondern Hamas. Ich werde das hebräisch aussprechen, allein aus Protest gegen diese Mörder. Darunter mehrere tausend Kinder, wobei sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen lassen. Keine Frage, das, was im Nahen Osten gerade passiert, ist grausam. Und es produziert Bilder, die millionenfach geteilt werden. Auch hier bei YouTube. Bilder mit getöteten Menschen, verletzten, zerstörten Gebäuden. Einfach mit jeder Menge Leid. Und zu den Bildern prasseln Informationen auf uns ein. Zahlen, Daten, Berichte, Behauptungen. Das Problem dabei ist, vieles davon ist falsch oder zumindest unvollständig. Und egal, ob korrekt oder nicht, alles verbreitet sich rasend schnell im Netz und sorgt für Diskussionen überall auf der Welt. Es gibt Solidarität mit Israel, zum Beispiel in Deutschland, wo die Sicherheit Israels wegen des Nationalsozialismus Staatsräson ist. Und es gibt auch Solidarität mit den Menschen in Gaza. Teilweise aber auch mit den Terroristen von der Hamas. Und bei all dem spielt eine große Rolle, dass viele Menschen nur einseitig oder unvollständig informiert sind. Dass sie sich manipulieren lassen oder einfach nicht genau hinschauen und alte Feindbilder bestätigen wollen. Dieses Video hier ist ein Versuch, die Diskussion zu versachlichen, Informationen zu liefern und keine Manipulation. Und es ist eine Reaktion auf einen sehr häufigen Wunsch von euch. Nämlich, sagt doch bitte mal etwas zur Situation der Menschen im Gazastreifen. Und genau das mache ich jetzt. Was mir zu Beginn des Videos hier ganz wichtig ist, informiert euch zu den Hintergründen des Konflikts im Nahen Osten. Beschäftigt euch mit der Geschichte und schaut euch an, was in der Vergangenheit passiert ist, in den vergangenen Jahrzehnten. Oben auf dem i findet ihr zum Beispiel hier und auch hier Videos dazu. Schaut bitte erstmal dort rein, bevor ihr hier in diesem Video weitermacht. Denn ganz klar, hier in dem Video kann ich nicht auf die Geschichte von Tag 1 eingehen. Ich kann auch nicht fast 80 Jahre Konflikt mal eben in ein paar... Ja, der Konflikt ist ja auch ein bisschen länger als 80 Jahre. ...ein paar Minuten zusammenfassen. Das würde dem Thema überhaupt nicht gerecht werden. Worum es mir geht ist, Dinge einzuordnen, zu sortieren und einen Überblick zu geben über das, was aktuell passiert. In einer Region, die so stark in den sozialen Netzwerken vertreten ist wie nie zuvor. Und aus der es so viele widersprüchliche Meldungen gibt, dass man manchmal ganz schön verwirrt ist. Deshalb jetzt drei Fakten zur aktuellen Situation im Gazastreifen. Und wir starten mit Fakt 1. Gesicherte Informationen aus dem Gazastreifen sind rar. Der Gazastreifen ist momentan nahezu komplett abgeriegelt. Die rund zwei Millionen Menschen, die dort leben, kommen nicht raus. Mit Ausnahme einiger Schwerverletzter und Menschen mit doppelter oder anderer Staatsbürgerschaft. Und die Familien, genau. Es kamen einige hundert oder fast tausend kamen raus. Auch deutsche Staatsbürger mit ihren Familien. Und die werden aktuell, glaube ich, in Kairo im Innenhof oder im Garten der Botschaft versorgt. Und werden dann langsam nach Deutschland geflogen. Und es gibt natürlich humanitäre Konvois. Das Problem ist, dass die Hamas auch Krankenwagen missbraucht. Und ganz offen damit, also können sie kommunizieren darüber, sie bewegen sich mittels Krankenwagen im Gazastreifen, um nicht angegriffen zu werden. Außer natürlich die IDF, also die israelische Armee bekommt Wind davon, dass gerade irgendein Hamas-Kommandeur in so einem Krankenwagen sitzt. Dann wird das Ding natürlich gesprengt. Dann hat es natürlich auch keinen Schutz. In der Vergangenheit immer wieder Möglichkeiten, über die Grenze nach Ägypten zu kommen. Und rein kommt auch kaum jemand. Abgesehen von einigen wenigen Hilfskräften und ein paar Hilfslieferungen. Das bedeutet aber auch, es gibt kaum professionelle Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort berichten können. Und die, die noch dort sind, arbeiten unter allergrößter Gefahr. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnet den Gazastreifen und auch das ebenfalls palästinensische Westjordanland als, Zitat, eine der weltweit gefährlichsten Regionen für Medienschaffende. Und das sogenannte Komitee zum Schutz von Journalisten verweist darauf, dass seit dem 7. Oktober schon 15 Medienschaffende im Gazastreifen getötet worden sind. Die meisten Medienschaffende sind Palästinenser, aber auch Mitarbeiter von internationalen Medien leben im Gazastreifen und dort in ständiger Gefahr. Vor Ort sind zum Beispiel noch Journalisten von der britischen BBC und auch von den Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press. Die sein, sagen ihre Redaktionen, oft vor allem damit beschäftigt, sich in Sicherheit zu bringen. Die Chefredakteurin von Associated Press sagt dazu im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Die Arbeit im Gazastreifen ist gerade extrem schwierig. Und das liegt in weiten Teilen daran, dass unsere Beschäftigten sowohl berichten, als auch um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Familien bangen. Immer wieder müssten Redaktionsräume, müssten ganze Gebäude verlassen und Standorte gewechselt werden. Das heißt, Berichterstattung aus dem Gazastreifen ist momentan nur eingeschränkt möglich. Verschärft wird es auch noch dadurch, dass zeitweise das Internet in der Region komplett abgeschaltet ist. Informationen können so gar nicht nach außen dringen. Der Terrororganisation Hamas spielt das in die Karten. Mit einer eigenen Propagandaabteilung versucht sie, die Deutungshoheit über das zu gewinnen, was da gerade im Gazastreifen passiert. Ein Beispiel dafür ist dieses Ereignis. Genau, darüber habe ich ein Video gemacht. Das Krankenhaus, das Al-Khali-Krankenhaus, wo einfach die Hamas behauptet hat, es sei eine israelische Bombe gewesen. Sie hätten das Krankenhaus gesprengt und 500 Tote. Und am Schluss seht ihr auch hier auf dem Foto, übrigens danke, Wismar, das war eine Rakete von Hamas oder islamischer Dschihad, eine relativ kleine und hat hier eigentlich nur Schaden angerichtet und das Rest sind Brandschäden durch die Autos. Aber bis heute glauben die Leute, dass es dort 500 Tote gab, was Schwachsinn ist. Raketeneinschlag am Krankenhaus Al-Ali in Gaza. 500 Menschen seien dabei ums Leben gekommen. Ein Kriegsverbrechen der israelischen Armee, sagt die Hamas. Kurz nach dem Einschlag der Rakete hat die Terrororganisation ein Video verbreitet, das genau diese Behauptung belegen soll. Rund 20 Sekunden lang ist das Video und hat sofort für große Empörung gesorgt. Es kam zu spontanen Protesten überall auf der Welt, auch in Deutschland. Im Netz gab es wütende Aufschreie. Israel wurde Massen- und Völkermord unterstellt. Allerdings nur kurze Zeit später sind erste Widersprüche aufgetaucht. Anders als von der Hamas zunächst dargestellt, wurde nicht das Krankenhaus direkt getroffen, sondern ein Parkplatz davor. Die genaue Zahl der Opfer ließ sich auch nicht wirklich belegen und Auswertungen von Satellitenbildern legen nahe, dass es sich gar nicht um eine israelische Rakete gehandelt haben könnte, sondern möglicherweise um versehentlichen eigenen Beschuss. Es ist eher so, es ist mittlerweile nachgewiesen, dass es Eigenbeschuss war. Es hat mit Israel nichts zu tun gehabt. Unter anderem der Krater hindeuten, den die Rakete hinterlassen hat. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, was an dem Krankenhaus tatsächlich passiert ist. Ganz sicher ist aber, das, was die Hamas ursprünglich verbreitet hatte, war in wesentlichen Bereichen falsch. Was mir dabei wichtig ist, jeder Tod wegen dieses Raketeneinschlags ist eine absolute Tragödie. Da gibt es überhaupt nichts schönzureden und natürlich muss das lückenlos aufgeklärt werden. Natürlich müssen diejenigen, die verantwortlich sind, dafür gerade stehen. Aber vieles ist eben nicht immer so, wie es zunächst scheint. Wichtig ist dabei auch, alle Behörden und andere offizielle Institutionen im Gazastreifen werden von der Hamas kontrolliert. Angaben von dort sind also immer mit Vorsicht zu genießen. Kritisches Hinterfragen, das gilt aber auch für andere Berichte, die man im Netz findet. So hatte zum Beispiel ein pro-israelischer Journalist vor rund zwei Wochen zwei Fotos bei Ex verbreitet, auf denen zwei Frauen zu sehen waren. Einmal ganz offensichtlich Kämpferinnen der Hamas und einmal Flüchtlinge im Gazastreifen. Die Behauptung der Journalisten, die Hamas würde ihre Kämpferinnen als Flüchtlinge verkaufen. Kurze Zeit später haben Faktenchecker diese Behauptung als falsch entlarvt. In diesem Fall waren das andere Journalisten, die darauf aufmerksam geworden sind und kriegen... Und hier schreibt doch jemand auch krass, dass keiner was zum Krankenhaus in Israel sagt, das schon mehrfach bombardiert wurde. Das ist es ja, glaube ich, das ist Aschkolon, das Krankenhaus. Wurde jetzt dreimal getroffen, interessiert gar keine Sau. Und genau das ist die Aufgabe von uns Journalisten, unabhängig zu berichten und kritisch zu sein. Deswegen bin ich hingeflogen. Zum Beispiel auch im Gespräch mit Offiziellen. Als die israelische Armee Ende Oktober eine dicht bewohnte Flüchtlingssiedlung in Gaza angegriffen hat, die auch als Hochburg der Hamas gilt, hat der US-amerikanische Fernsehsender CNN kritisch berichtet. Mehrere hundert Zivilisten sollen getötet worden sein. Mutmaßlich auch wegen der Tunnel der Hamas, die das Gelände nach dem Angriff haben absacken lassen. Das ist ja der wichtige Punkt. Also es sind dann Schäden oder Zivilisten zustande gekommen durch die Hamas. CNN hatte einen Sprecher der israelischen Armee IDF zum Interview eingeladen und gefragt, Sie haben gewusst, dass sich dort viele unschuldige Zivilisten befinden, oder? Die Antwort des Armeesprechers, das ist die Tragik des Krieges. Wir hatten ihnen vorher gesagt, dass sie in Richtung Süden fliehen sollen. Ja, faktisch ist das richtig. Israel hatte tatsächlich schon zwei Wochen vorher dazu aufgerufen, die Gegend zu verlassen. Aber in der Praxis ist das mit der Tragik des Krieges auf so eine Frage eine höchst fragwürdige Aussage. Wenn gerade hunderte Menschen getötet worden sind, Zivilisten, es vermittelt eine gewisse Gleichgültigkeit. Nein, das wird einfach gerne falsch verstanden. Das wurde ja auch, das hat ja auch Maestro bei mir falsch verstanden, als ich gesagt habe, inter armer enem silent leges. Das heißt ja nicht, dass ich dafür bin, aber das ist die Eigenschaft des Krieges. Das muss man halt einfach so wahrnehmen. Ich helfe keinem, indem ich da jetzt eine Show abziehe und sage, oh, wie schlimm. Nein, es ist leider so. Es ist nicht gut. Keiner findet das gut, wenn Zivilisten zu Schade kommen, ob sie verletzt werden oder getötet werden. Man muss es trennen. Aber danke schön für den Zubber. Das hat Ahmad ja auch nie verstanden. Ich glaube, ich war einer der wenigen, ich glaube, der einzige pro Israel, der ihm sogar kondoliert hat zu dem Verlust seiner Verwandten. Er bestreitet das bis heute natürlich. Klar, wird dann Show abgezogen und sowas. Dass ich das nicht gesagt habe. Ich habe natürlich gesagt, ich finde das nicht schön. Warum sollte mich das freuen oder warum soll ich mich darüber lustig machen? Das ist ja auch Unsinn. Schwachsinn halt. Er nimmt das halt dann, so jemand wie er nimmt es dann halt auch falsch wahr. Aber Tausende hier auf meinem Kanal sind ja Zeugen gewesen, wie ich ihm kondoliert habe. Zehntausende sogar. Aber es ist ja egal. Man muss es halt trennen. Ups, das nehme ich hier. Gegenüber zivilen Opfern, Frauen, Kindern. Und es zeigt auch, kritisches Hinterfragen ist extrem wichtig für unabhängigen Journalismus. Und damit zu Fakt 2. Die Hamas könnte viele Opfer verhindern. Ja. Keine Frage, wie es den Zivilisten im Gazastreifen geht, ist nicht hinzunehmen. Das geht nicht. Von den rund zwei Millionen Einwohnern sind gerade circa eineinhalb Millionen auf der Flucht. Eineinhalb Millionen von zwei Millionen. Hunderttausende müssen ihre Häuser verlassen, ohne wirklich zu wissen, wohin sie gehen. Wir sind Kinder, ja. Danke, Carly Seppel. Gehen können. Hilfsorganisationen sind kaum noch vor Ort. Und die, die da sind, kämpfen mit den wenigen Ressourcen. Es fehlt an allem. An Lebensmitteln, an Wasser, Strom, Internet. Der Gazastreifen ist, man kann es nicht anders sagen, eine lebensfeindliche Region geworden. Ja. Und dann kommen Bilder von so angeblichen Journalisten und haben interessanterweise auch, das müsst ihr euch auch mal fragen, diese ganzen sogenannten Fotojournalisten, die so hochgelobt werden, warum waren die eigentlich bei der ersten Terrorwelle direkt dabei und haben Fotos gemacht? Die waren ja mit den Terroristen unterwegs. Dann weiß man auch ungefähr, ob das Journalisten sind oder ob das Hamas-nahe Leute sind, die einfach nur gratis dann Bilder an AP und so weiter geben. Und denen, die auf der Flucht sind, drohen Hunger, Tod und Krankheiten. Die, die bleiben, sind in ständiger Gefahr, durch Raketen getötet zu werden. Trotz Vorwarnungen, die die israelische Armee laut eigenen Angaben immer wieder abgibt. Sogenanntes Roof-Knocking. Nicht immer schaffen es, Habe ich auch ein Video dazu gemacht zum Roof-Knocking. Die Menschen rechtzeitig zu entkommen. Und manchmal treffen Raketen auch gegen den... Fairerweise muss man sagen, das Roof-Knocking wird aktuell nicht mehr so betrieben. Das geht gar nicht mehr. Jetzt sind wir ja in einem Krieg. Gaza, die Regierung von Gaza hat ja Israel den Krieg erklärt. Und das ist auch, danke für den richtigen Hinweis, wir haben genauso auch übrigens Inlandsflüchtlinge in Israel. Der Süden und der Norden Israels ist evakuiert. Das wird auch so gut wie nicht erwähnt. Aber Daxus, danke. ... in denen sie gar nicht landen sollten. Allein 3000 Kinder sollen seit dem 7. Oktober getötet worden sein, sagt die Hamas. Hunderte wurden schwer verletzt. Es muss wie in der Hölle sein. Unter anderem deshalb hatte Jordanien bei den Vereinten Nationen eine Resolution für einen Waffenstillstand eingebracht. Gegen den aber unter anderem die USA ein Veto eingelegt haben. Ja, die Resolution war ja auch Schwachsinn. Man kann doch jetzt nicht eine Waffenstillmacht einen Stillstand machen, solange auch die Geiseln da sind und die Hamas sich dann sammelt. Das ist ja dann nur eine Pro-Mass-Resolution. Begründung war, die Resolution würde nicht entschieden genug gegen die Hamas vorgehen. Inzwischen, das habt ihr sicher mitbekommen, ist Israel auch mit Bodentruppen im Gazastreifen unterwegs. Vor allem um Geiseln zu befreien, die die Hamas zuvor aus Israel entführt hatte, sagt die Armee. Noch einmal, für die Zivilisten in Gaza ist das ein unhaltbarer Zustand. Sie leben in ständiger Angst und können nirgendwo hin entkommen. Auch Ägypten hält seine Grenze geschlossen, weil es hunderttausende palästinensische Flüchtlinge fürchtet. Und ja, natürlich hängt das damit zusammen, dass Israel massive Angriffe auf den Gazastreifen durchführt. Und weil Krieg nie sauber geführt werden kann, es ist eine Illusion, das zu denken, treffen diese Angriffe auch die Zivilbevölkerung. Das kann und muss man kritisieren. Und das muss auch aufgeklärt werden. Genauso wie Angriffe auf fliehende Zivilisten, auf Hilfskräfte oder auf Journalisten. Aber... Genau, die Hamas zum Beispiel hat auf fliehende arabisch-Palästinenser geschossen und hat es dann wieder Israel in die Schuhe geschoben, obwohl es dann ziemlich klar sichtbar war, dass es die Hamas war. Und das ist wichtig, die Hamas könnte viele der Opfer verhindern. Sie möchte es aber gar nicht. Ein wichtiger Beleg dafür ist ein Interview, das Moussa Abu Marzouk dem russischen Staatssender Russia Today Ende Oktober gegeben hat. Marzouk ist Sprecher des Politbüros der Hamas und gilt als einer der einflussreichsten Funktionäre der Terrororganisation. In dem Interview wird Marzouk auf das Tunnelsystem, das die Hamas angelegt hat, angesprochen. 500 Kilometer lang sei es insgesamt, bestätigt Marzouk. Es sei wichtig für die Hamas, um ihre Angriffe durchzuführen. Und deswegen musste es komplett zerstört werden. Um sich vor Raketen zu schützen. Okay, sagt der Interviewer, warum nutzen sie die Tunnel dann nicht auch, um ihre Zivilisten zu schützen? Warum haben sie keine Rückzugsorte für Zivilisten gebaut, sondern nur für sich selbst? Das ist ganz klar, antwortet Marzouk. 75 Prozent der Einwohner des Gazastreifens seien Flüchtlinge. Und Flüchtlinge müssten von den Vereinten Nationen geschützt werden. Das ist geil, dass er das zerpflückt. Das finde ich, ich finde, das muss ich mal kurz unterbrechen, wir schauen, die Stelle gleich weiter, wo die Hamas dann auch sagt, dass sie sich um die Flüchtlinge nicht kümmern muss. Ich finde das richtig, dieses Video ist jetzt, das ist die Hälfte, ist es richtig, richtig stark von MrWissen2Go. Es ist so sachlich und so detailliert. Nicht von der Hamas. Abgesehen davon, dass diese Behauptung falsch ist, heißt das, die Hamas bestätigt in diesem Interview offiziell, dass der Schutz der Zivilisten für sie keine Rolle spielt. Und wozu diese Angriffe dienen sollen, das erfährt man in einem anderen Interview mit dem Hamas-Sprecher Ghazi Hamad. Nicht etwa, um den Gazastreifen sicher zu machen und um dadurch Zivilisten zu schützen, sondern um Israel auszulöschen. Dieses Land muss entfernt werden, sagt Hamad in diesem Interview wörtlich. Und weil für die Hamas dieses Ziel über allem steht, wird bewusst das Leid der eigenen palästinensischen Bevölkerung in Kauf genommen. Zum Beispiel, indem Palästinenser als menschliche Schutzschilde missbraucht werden. Mutmaßlich nicht erst seit dem 7. Oktober 2023, sondern auch schon davor. In einer Untersuchung der NATO aus dem Jahr 2014 heißt es zu diesem Thema, Zitat, Die Hamas hat Raketen und militärische Infrastruktur in der Nähe von Wohn- und Gewerbegebieten positioniert und von dort die israelische Armee angegriffen. Das machen sie heute aktuell aus Moscheen, aus Krankenhäusern und so weiter. Bestätigt wird das durch unabhängige Berichte. Zum Beispiel von Journalisten des Guardian, die 2014 Hamas-Terroristen in einem Krankenhaus gesehen haben. Und im gleichen Jahr hatten die Vereinten Nationen Waffen in zwei Schulen gefunden. Und es gab Berichte von Raketen, die aus Wohngebieten abgefeuert worden sind. Auf Videoaufnahmen ist das auch zu erkennen. Dieser Beitrag hier von MrWissen2Go ist nicht nur sachlich, sondern er ist richtig stark. Also er zerpflückt die Hamas sowas von gut und auch detailliert. Und auch die Quellen sind sehr, sehr sauber erarbeitet. Aktuell versucht vor allem Israel Beweise für den Vorwurf zu liefern, die Hamas würde Menschen als Schutzschilde missbrauchen. Es gibt zum Beispiel die von der israelischen Armee gefilmte Aussage eines gefangen genommenen Hamas-Terroristen, der vor der Kamera sagt, wörtlich, die meisten Hamas-Kämpfer sind in den Krankenhäusern versteckt. Im Schifa-Krankenhaus zum Beispiel gibt es unterirdische Ebenen. Schifa ist nicht klein. Es ist ein großer Ort, der verwendet werden kann, um Dinge zu verbergen. Außerdem hat Israel einige mitgeschnittene Gespräche veröffentlicht, in denen Zivilisten aus dem Gazastreifen, zum Beispiel per Telefon davon berichten, die Hamas würde sie mit der Waffe davon abhalten, ihre Wohngegenden zu verlassen. Sie müssten vor Ort bleiben. Die Schlussfolgerung daraus ist, die Hamas brauche die Zivilisten als Schutzschilde. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Informationen momentan nicht. Aber wenn sie korrekt sind, dann wäre das ein eindeutiges Kriegsverbrechen der Hamas. Gleichzeitig mahnt das internationale... Die Quelle sind zum Teil... Nein, also ich finde, ich finde bisher hat er saubere Quellen. Das sind nur saubere Quellen. ...völkerrecht aber, dass kriegsführende Parteien sehr vorsichtig sein müssen, wenn der Gegner menschliche Schutzschilde verwendet und dass die Sicherheit der Zivilisten über allem stehen würde. Im Gazastreifen ist das besonders heikel. Der Gazastreifen ist dicht besiedelt. Wenn man dort Stellungen beschießt, dann sind meistens Wohngegenden direkt in der Nähe. Von diesem Punkt abgesehen, gibt es aber noch ein Indiz dafür, wie gleichgültig der Hamas die Zivilbevölkerung zu sein scheint. Der Missbrauch von Hilfslieferungen und Hilfsgeldern. Ein Beispiel stammt aus dem Jahr 2016. Damals hatten Ermittlungen bei der Hilfsorganisation World Vision in Großbritannien ergeben, dass... Es ist... Ich muss gerade grinsen, weil ich das gestern noch gelesen habe. Ich habe da auch recherchiert. Es ist... Ich bin richtig überrascht, wie krass gut das ist. Dass ein hochrangiger Mitarbeiter der Organisation jedes Jahr umgerechnet rund 7 Millionen Euro an die Hamas überwiesen hatte. 7 Millionen insgesamt? Ich dachte... Stimmt. An 7. Geld, das eigentlich für die Hilfe bedürftiger ausgegeben werden sollte. Aber es wurde der Hamas zugeführt. Unter anderem wurden damit Militärbasen finanziert. Und auch bei Hilfsgeldern von staatlichen Organisationen soll es immer wieder Missbrauch gegeben haben. Seit 2007 regiert die Hamas im Gazastreifen nahezu komplett ohne Kontrolle. Seitdem sind Milliarden an Euro in die Region geflossen. Auch aus der Europäischen Union. Aber bei der Bevölkerung kam längst nicht alles an. Einiges von dem Geld sei für Waffen ausgegeben worden, vermute die EU und hat inzwischen die Hilfszeit... Einiges. ...eine Zahlungen an Gaza gestoppt. Und nicht nur das. Vor einigen Wochen hat die israelische Botschaft in Deutschland ein Video veröffentlicht, das von der Hamas stammen soll. In dem Video sieht man mutmaßliche Hamas-Terroristen, die aus Rohren, die eigentlich für Trinkwasser gedacht waren, Waffen bauen. Ja, Raketen. Das Video war wohl von der Hamas ursprünglich zur Propaganda gedacht, um zu zeigen, zu was sie in der Lage ist. Der Verdacht dabei ist ganz klar, die Hamas missbraucht nicht nur Hilfsgelder, sondern sie nutzt auch Material, das eigentlich zur Versorgung der Zivilisten gedacht ist, um Waffen zu bauen. Damit würde die Hamas der Bevölkerung gleich doppelt schaden. Zum einen, weil sie ihr wichtiges Material vorenthält. Genau das hier, was Mirko hier macht in dem ganzen Video, das ist krasse Recherche. Er zerpflückt, jeder hat die Punkte sauber recherchiert. Er nimmt Bezug auf Videos, ich kenne die Quellen natürlich alle. Da werden sich so viele drüber aufregen. Mir wird ja dann gesagt, das ist Fake News und ich sei Zionist und sowas. Das kann man ihm gar nicht vorwerfen. Das ist einfach stark. Das kann keiner widerlegen. Ahmad wird ausrasten, wenn er das Video sieht. Und zum anderen, weil in der Folge weniger Material in den Gazastreifen geliefert wird. Und damit zu Fakt 3. Es handelt sich nicht um einen regulären Krieg. Zunächst mal muss man ganz klar sagen, Krieg und regulär in einem Satz, das klingt generell seltsam. Es wirkt, als gäbe es eine Art Plan, wie Kriege abzulaufen hätten. Das ist natürlich nicht so. Krieg, das bedeutet immer auch Chaos. Was ich aber damit meine ist, ihr kämpft nicht ein Land gegen ein anderes. Und am Ende könnte eine Lösung sein, dass es einen Kompromiss gibt, der zu einem Frieden führt. Ihr kämpft ein Land, nämlich Israel, gegen eine Terrororganisation. Eine Organisation, deren einziges Kriegsziel es ist, das andere Land auszulöschen. Das Zitat dazu habe ich vorhin schon mal genannt. Und genau das steht auch in der offiziellen Charta der Hamas. Die Hamas ist also überhaupt nicht an einer friedlichen Lösung interessiert, zum Beispiel an einer Zwei-Staaten-Lösung, sondern sie möchte die totale Vernichtung ihres Gegners. Und das wortwörtlich. Laut der Charta geht es der Hamas nicht nur um die Auslöschung Israels als Land, sondern auch um die Auslöschung aller dort lebenden Juden. Und mit welcher Brut hat die... Kleiner Fehler. Die Auslöschung aller Juden weltweit. Das, aber das ist jetzt eine Kleinigkeit. Die Hamas will nicht nur die Juden in ganz Israel, sondern will alle Juden weltweit töten. Sie beruft sich auch auf ein Hadith zum Endkampf. ... dort lebenden Juden. Und mit welcher Brutalität die Terrororganisation dieses Ziel verfolgt, das hat man bei dem Angriff am 7. Oktober gesehen. Dem verheerendsten Schlag gegen Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust der Nationalsozialisten. Und genau mit dieser Agenda ist es nahezu unmöglich, einen Frieden mit der Hamas zu erreichen. Natürlich nicht. Und gleichzeitig erschwert die Hamas eine Annäherung zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Organisation sagt ganz klar, wir müssen um jeden Preis kämpfen. Auch wenn es dabei viele Opfer auf unserer Seite gibt. Und wer als Palästinenser nicht uneingeschränkt für uns ist, der ist unser Gegner. Die britische Zeitung Guardian zitiert dazu den Hamas-Sprecher Sami Abu Suwari aus seinem Interview mit dem Hamas-Sender Al-Aqsa TV. Demnach hat er wörtlich gesagt, die Hamas verachtet jene besiegten Palästinenser, die die hohe Zahl ziviler Opfer kritisieren. Ja. Die sehen Sie als Verräter. Sie haben ja auch palästinensische Israelis umgebracht bei dem Überfall. Das heißt, die Hamas nimmt die palästinensische Zivilbevölkerung sozusagen in Geiselhaft und duldet keinen Widerspruch. Und weil sie die absolute Mehrheit im Gazastreifen hat, kann sie dort auch die Meinungsfreiheit einschränken. Gleichzeitig heißt das aber auch, und das ist ganz wichtig, Mitleid oder Anteilnahme mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen sind absolut legitim. Ich würde sogar sagen, es wäre unmenschlich, nicht schrecklich zu finden, wie es den Menschen dort gerade geht und gleichgültig zu reagieren, wenn man Fotos oder Videos zum Beispiel von getöteten Kindern sieht. Es ist auch nicht falsch, auf die Situation der Menschen aufmerksam zu machen, Hilfe zu fordern oder das Vorgehen der israelischen Armee kritisch zu begleiten. Darauf hat unter anderem auch der engste Verbündete Israels hingewiesen. US-Präsident Joe Biden hat Israel davor gewarnt, aus Wut nicht die gleichen Fehler zu machen, wie die USA nach dem 11. September 2001. Und er hat Schutz für die Zivilbevölkerung gefordert. Denn ganz klar, die Palästinenser sind nicht gleich die Hamas, auch wenn die das in ihrer Propaganda gerne behauptet. Die Interessen der Palästinenser zu achten, das gehört deshalb natürlich auch dazu. Vor allem, wenn es um ihre Sicherheit geht. Hat Gaza eine offizielle Armee? Ja, die Hamas ist die gewählte Regierung. Damit ist die Hamas auch die offizielle Armee. Und auf der anderen Seite steht Israel. Ein Land, dem die Vernichtung angedroht wurde. Und das entsprechend darauf reagiert. Israel möchte zwar im Gegenzug die Hamas vernichten. Das betonte Regierungschef Benjamin Netanyahu immer wieder. Was Israel aber de facto nicht möchte, das ist, alle Palästinenser vernichten. Das erkennt man unter anderem auch daran, dass es inzwischen immer wieder Proteste gibt. Zum Beispiel in Tel Aviv, in denen Israelis Schutz für Zivilisten im Gazastreifen fordern und eine Feuerpause. Auch in israelischen Medien findet man kritische Bemerkungen zum Vorgehen der eigenen Regierung. Ein gutes Beispiel dafür ist die Zeitung Haaretz. Nur zwei Tage... Ja, ich hab die auf Abo, aber die Haaretz sollte man mit Vorsicht genießen. Ähm, ja. Ich lese sie trotzdem. Genauso wie ich die Jerusalem Post lese. Nur die Jerusalem Post hab ich gratis. Die Haaretz bezahle ich jeden Monat. Nach dem Terrorangriff der Hamas ist dort ein Kommentar mit der Überschrift erschienen. Ansonsten kannst du auch i24 News, das ist ein TV-Sender, schauen. Auf Englisch. Israel kann nicht zwei Millionen Menschen in Gaza einsperren, ohne dafür einen grausamen Preis dafür zu bezahlen. Darin ist unter anderem die Rede von Israels Arroganz zu denken, wir könnten machen, was wir wollen. Eine brutale Kritik, die zeigt, Israel kann durchaus unterscheiden zwischen den Terroristen von der Hamas und der palästinensischen Zivilbevölkerung. Schon vor dem 7. Oktober 2023 gab es vor allem im politisch-linken Lager in Israel massive Kritik an Netanjahus Politik gegenüber den Palästinensern. Israel ist ein demokratisches Land, das sich dem internationalen Völkerrecht verpflichtet hat. Und dazu gehört auch die Wahrung der Menschenrechte. Die Hamas, und das ist ganz wichtig, hat das nicht gemacht. Das heißt also, es wäre einerseits falsch, völlig kritiklos alles gut zu heißen, was Israels Regierung oder die Armee machen und darüber zu schweigen, wenn Unrecht geschieht. Gleichzeitig wäre es aber auch falsch, so zu tun, als wäre die Hamas eine legitime Kriegspartei, die nichts anderes möchte, als Freiheit für ihre Bevölkerung. Genau. Nein, die Hamas ist eine Terrororganisation, die Israel und alle dort lebenden Juden auslöschen möchte und die dafür ganz bewusst in Kauf nimmt. Und das ist wichtig, dass ihre eigene Bevölkerung darunter leidet, dass Menschen getötet werden. Ihr seht, es ist nicht einfach und es geht bei diesem Thema meistens nicht ohne Emotionen. Und das ist auch total verständlich. Man kann verstehen, dass Leute Mitleid haben, wenn Menschen sterben. Und es ist grundsätzlich auch nachvollziehbar. Ganz wichtig zu betonen, dass die Empathie bei Muslimen hoch ist, wenn andere Muslime leiden. Absolut menschlich. Nein. Also das muss ich, das schränke ich mal ein. Die Sympathie ist dann da, wenn Israel der Gegner ist. Also im Jemen, das hat kaum jemanden interessiert. Der Syrien-Krieg interessiert kaum noch jemanden. Und die Deportation von 1,3 bis 1,7 Millionen Muslimen aus Pakistan nach Afghanistan interessiert aktuell keine Sau. Warum? Keine Juden? Also no use, no news. Aber man sollte immer bei den Fakten bleiben. Und vor allem sollte man sachlich diskutieren. Denn, und das ist jetzt nur mal kurz meine persönliche Meinung, dass Jüdinnen und Juden, auch bei uns in Deutschland, teilweise Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen. Dass sie die Symbole ihrer Religion nicht mehr offen zeigen können. Dass Israel-Fahnen verbrannt werden, mitten in Deutschland, das kann und darf nicht akzeptiert werden. Dem sollten wir uns alle entgegenstellen. Egal wie und wo man sich positioniert hat. Und die Täter, die müssen mit der vollen Härte des Rechtsstaats bestraft werden. Was meint ihr denn? Wie kann es gelingen, dass wir uns mehr zuhören, dass wir sachlicher diskutieren über dieses Thema? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und neben mir findet ihr außerdem nochmal die beiden Videos zu den historischen Hintergründen. Ah, okay. Gut. Das ist ein Ostkonflikt. Schaut da unbedingt rein. So, also das. Ja. Ziemlich perfekt. Sehr solide. Er hat der einzige kleine Punkt, dass die Hamas alle Juden weltweit umbringen möchte. Und ansonsten. In Perfektion. Hat er noch eine Quellangabe gemacht. Dann schaue ich mal kurz durch. Alles saubere Quellen. Okay, für den Zapp. Nur wegen hochregistriert. Also. Das ist ein Video von MrWissen2Go, wo ich einfach sage, das ist eine 1+. Es ist perfekt recherchiert. Es ist ausgewogen. Es zeigt exakt den Stand, wie es ist. Ich habe das ja selbst auch vor Ort mitgekriegt. Und in die Kommentare schaue ich jetzt auch mal kurz rein. Da können wir irgendwann mal mit reingucken. Nichts problematisches. Es ist einfach sauber. Es ist einfach sauber. Also das Video perfekt. Einfach nur perfekt. Wie viel Aufrufe hat das bisher? Sehe ich gerade nicht. doch 370.000. Das muss eine Million bekommen. Einfach perfekt. Wirklich sehr dicker Daumen nach oben. Kommentiert gerne. Bis dann. 3-Steini-Z 4-Steini-Z Vielen Dank.